In unserem heutigen Video geht es um die Feuchtigkeitsversorgung der Extraklasse mit unserem Salon-exklusiven Produkt Hydra Triplex Treatment. Das Hydra Triplex Treatment, wie der Name schon sagt, ist eine Feuchtigkeitsbombe, eine Feuchtigkeitspflege speziell für sehr trockenes, widerspenstiges und grauses Haar. Dank nur einer einzigen Ampulle hast du die Möglichkeit, das Haar mit sehr viel Feuchtigkeit zu versorgen, es geschmeidig zu machen und die Kännbarkeit zu erhöhen. Dank unseren Avopui-Extrakten, welches Feuchtigkeit spendet und Aminosäuren und Proteinen, die in das Haar eindringen und die Feuchtigkeit in das Haar verschließen, hast du wirklich die Möglichkeit, deine Kunden diese Feuchtigkeitsbombe in das Haar zu versiegeln. Die Anwendung erfolgt ganz einfach, in Verbindung am besten mit Avopui White Ginger Produkten wie Repair und Smooth, eine gewünschte Menge, die das Haar braucht, auftragen, 10 bis 15 einwirken lassen, eventuell auch mit Wärme, gründlich ausspülen und dann wie gewünscht auch mit Avopui White Ginger Produkten stylen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserer Feuchtigkeitsbombe Hydra Triplex Treatment.